Für nackte Brüste, Robint Hickes Freundin unter Fahnenbeschuss Seit Ende Februar sind Model April Lowe Geary, 23, und Sänger Robint Hicke, 41, stolze Eltern einer kleinen Tochter. In ihrer neuen Rolle als Mutter geht die 23-Jährige voll auf und teilt regelmäßig niedliche Babypics mit ihren Fans. Dabei präsentiert sich die frischgebackene Mama auch gerne mal mit nackten Brüsten beim Stillen. Diese Freizügigkeit sorgt im Netz für Unmut, ihrer Follower unterstellten April, mit den Fotos nur Aufmerksamkeit erlangen zu wollen. Unter einem ihrer aktuellen Instagram-Beiträge häuften sich die Hassbemerkungen für die stillende Schönheit. Du weißt ganz genau, dass du das Bild nicht gepostet hast, um dich beim Stillen zu zeigen. Diese Mädchen müssen aufhören Stillen als Entschuldigung zu nehmen, mit ihren Brüsten zu potzen, schrieb ein wütender Nutzer. Und auch ein bekanntes Gesicht mischte sich unter die Kommentatoren, ich bin für das Stillen. Komma aber warum posten die Leute so etwas? Besonders das neue Bild von Freundin. Ihre Haare und ihr Make-up sind gemacht und beide Brüste draußen. So seltsam, ließ der britische Big Brother-Star, 30, sicher unter dem Foto aus. Da Kanelle selbst zweifache Mutter ist und auch gerne mal ein bisschen mehr Haut zeigt, konnte besonders ihren Kommentar nicht auf sich sitzen lassen. Prompt teilte sie einen Screenshot davon und fügte ein freizügiges Foto von Kanelle hinzu. Zusammen mit der Collage gab die Beautier ihrer Haterin dann noch einen Rat mit auf den Weg, nicht, dass nackt Fotos schlimm wären, denn nackte Körper ist eine wunderbare Sache, aber sei nicht so eine heuchlerische Mama. Tipps für Promiflas? Einfach e-mail an, tipps at promiflas.de. Musik 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 Musik